Wir müssen feststellen, wir sind verdammt gut organisiert, wir sind vernetzt und die können sich alle mal mann ziehen. Bevor ich es vergesse, muss ich einen riesen Dank aussprechen an unsere Kollegen von AHA, als unser Vorstand nämlich die einstellige Verfügung eingereicht hat. Da hat AHA gesagt, so nicht, wir schweißen unsere Pläne, die wir hatten, über Bord. Wir machen auch 24 Stunden. Danke! Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe sowieso nicht viel geschlafen, aber ich bin heute Morgen mit Bauchschmerzen aufgewacht. Bauchschmerzen deswegen, weil wir hier heute stehen müssen.